Der Spielpokal ist ein Highlight, Highlight der Saison. Ich bin als Fußballer ja bekannt, mehr oder weniger als Traditionalist. Und wenn ich dieses Derby sehe, Wuppertaler SV im Pokal gegen den Vorfeld von Bochum, dann ist es ein Westschlager alter Prägung. Es knistert an allen Ecken, ich spiele es mit Sicherheit als ein Highlight. ARD Text im Auftrag von Funk